so und damit heiter liebe leute was geht ab und herzlich um zu einem video von cyberpunk 2077 ja wir befinden uns ja immer noch in diesem dämlichen hotel auf der flucht hier auch verdammte scheiße er kommt zack 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 mal schnell vorbei rennen ja wir haben hier das relic das jetzt aber in jackys kopf steckt achtung im konfetti plaza wurde ein kopf redd ausgelöst bitte verbleiben sie in ihren zimmern und befolgen sie die anweisungen des personals sie haben uns gesetzt los 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 so 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 okay 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 nicht so viel geplant wieso speichert ihr das immer nicht ab ist das nervig ist einstellung interface gesundheitsanzeige munitionsanzeige hinweise aktionstasten aktivitäten verlaufen speichern achja einstellung interface aus aus ich will keinen schaden ich will keinen schaden erreichen aufzug verdammt ich glaube das ist jetzt auch egal bei uns jetzt komplett durchschießen Verdammt, wir haben keinen Mutzung mehr. Nein, 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 nein. Oh, oh. Verdammte Scheiße, ich habe keine Mutzung mehr. Kleine Strom hinterher, Power-Stumengewehr, verdammte Scheiße. Ja, gut, dann ist es jetzt. Hallo, nimm die Sachen mit. Blunder, Blunder könnte man brauchen. Checky, komm. Das ist ein bisschen... Was ist denn? Ich habe nur Arasaka, 150 Jahre, und heute, ausgerechnet heute, Snick, scheiß Komödie, oder? Ist so. Spart deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wie? Wir überleben was? Ich wohl, aber bei dir bin ich mir grad nicht sicher. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir auskannst. Digger, wie weit geht er denn jetzt hier runter, Mann? Komm, schauen. 1-C, 1-C, 1-C. 1-C, 1-C. 1-C, 1-C. 1-C, 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 1 Soll ich da, da muss ich! Das war's. ich bin mir verdammt 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 ja verdammt verdammt und die munition ist halt schlecht und falsch gib mir eine verdammte ich bin gleich wieder dabei wow was ist das ich bin gleich 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 mit ich bin gleich 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 das war fast nach plan ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich was ich bin gleich Gibt's hier gut? Defekt Modus Nicht sch- Sieht auf der Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verflachen. Freut mich! Televirus aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Straßenblocker an voraus. Ich bitte Sie freundlich, sich festzuhalten. Hohoho! Oh! Eine feindliche Luft-Einheit hat uns im Visier. Verlass das mir! Au! Wow! Wow! Scheiße, Jackie! Wir haben's geschafft! Haben wir wohl. Die technischen Sensoren melden, dass Mr. Whales' Zustand kritisch ist. Bring uns zu nem Ripper-Doc! Los! Tut mir leid. Das ist nicht möglich. Unsere Route wurde voraus geplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff' das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Whales... Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack? Du bist reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jack! Wir werden reich! Du und ich! Du hast ihn für mich. Ich schaff' das. Ich schaff' das. Du bist, Jack. Ich schaff' das. Ich schaff' das. Oh nein! Oh nein, der Typ ist auch noch gestorben. Mr. Wells ist verstorben, wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Nirgendwohin. Bleib hier, beweg dich nicht. Bin gleich wieder da. Verstanden. Mr. Deschamps erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Ich habe einfach zu viele Sachen. Die Zone ist gesperrt. Soll ich gar nicht mehr Waffen wechseln? Geh doch nicht immer nach oben, Mann! Ich bin immer noch zu viel. Ich bin ja gere siento. P1, 4. Dбы χränke so lange.... was ich es nicht gehen kann? Ich haben einfach große Kuschel der Brigitte Reaktion. Scheiße so ernst hat meine 1500 views. Herr Freund, ich freu dich! hallo ich komme wieder einen komischen fummeln perle okay dann war es nein wasser nicht das geht runter geiern haben wir nur geiern Lass mich rein! Erwartet! WNS, N54, selbst die Piraten-Sender. Deine Fresse ist überall! Von Jackster? Ist der im Auto? Scheiße, was glaubst du wohl? Pass lieber auf, was du sagst. Auf dem Rücksitz. Verblutet. Tot. Tut mir leid, das zu hören. Und der Relic? Ich hab ihn hier. Hat dich befürchtet. Was? Saburo Arasaka. Tot. Warst du ne Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit nem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst! Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal, nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Eddies. Dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Spad ist dort. Mach dies sauber, mal los. Wegwitz. Weg Dembewerb zum Spiel like, Mann, hallo, ja. vergangen weltjaus verrufen alle spad das Wasch das Gesicht, komm. Okay, was habt ihr vor? Ich wusste, ich wusste es. Du dämlicher Assi, wäre ich immerhin... Hätte ich den mal hintergangen. Alte Ratte, boah, ich werd den sowas von platt machen, ich werd den sowas von platt machen, er wird sein fetter Arsch irgendwo runterhängen und ehlendig versoppen. Was ist das, bin ich jetzt im Relic, oder? Oh Gott. Und dein Wett so? Ja, schwierig, Keanu Reeves. Ja. Geil, der hat auch noch die richtige, die originale Stimme, die deutsche Stimme. Nice. Oh, yes. Natürlich. Spiel! Spiel! Hey, heute Nacht! Beabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Geh nach draußen. Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Ich bin Keanu fucking Reese. Der größte Rockstar in dem Spiel. Bist du für eine Hand? Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Du bringst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuleuten. Esser. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatler Blut in Wallungen. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Heli. Alles klar. Silverhand? Hey, scheitern! Bring uns in die Luft. Hier, setz das auf und nimm es nicht ab. Klar? Love like fire. Johnny Silverhand. Johnny Silverhand. Johnny Silverhand. Cool, ich bin jetzt Johnny. Johnny Silverhand. Ich berühre. Wir, das sind Philippe, LSite. Die Häfen brennen. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Strassen im Wachsen. Chironsöhne. Was ist sei denn? Was ist Zeit denn? Wasser draussen ableuchtend. Waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wailet richtet. Weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Trampfen. Schluck die Gewissensbitte runter. Also haben wir dann im Prinzip jetzt den Leuten da komplett reingeschissen? Also wie? Boah, das hat sie. Digga, wo schießt denn du hin? Wo schießt denn du? Ohohoho. der Papa 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 Tasche nehmen und springen! Oha! Oha! Läuft! Verdammt! Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Das sage gerade ich. Na los! Oha! Noch mehr! Uh! Wenn wir mit dem fertig sind, gehen wir über ihre Mütter wieder. Eieieiei, da hast du schon eine Wumme, Alter. Vorsicht! Ziel hat Konzern-Cyberware! Jetzt hat er sich da reingepackt und ich kann den Typen nicht töten. Ich brauche Deckung! Was ist hier los? Die Hand wingt mir zu. Hallo! diese bugs ne das muss aber echt nicht sein leute ich hoffe das update im vorweihnachten der demolytron bombe ist bereit schießt die kabel durch wir sind gleich da noch nicht fertig ich muss das hier noch in ihr subnetz speisen ich wusste es verdammt es ging dir nie um konzern kolonialismus oder sondern um dein verdammtes groupie output du würdest das nicht verstehen du hast vier verfickte minuten der hubschrauber wartet keine sekunde länger alles klar ich liebe dich spider so wie der rest der welt hier war kein john weg gerade so oh Wir haben schwere Verluste. Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Kabel rein. Die Regierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Hallo. Ich wusste. Was sind denn? Das ist Adam Smasher. Johnny, lauf! Der ist ja da noch relativ noch anders. Was war das? Die Schür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Smasher! Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Da sieht er ja noch ganz anders aus. Da sind schon zwei Leute gestorben. Wie und Johnny Smasher. Ach, Johnny Silverhand. Da bin ich in mir. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich gehe hin. Wir versuchen es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Dann sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Oha. Oha. Guck mal da hinübergeholt. Da hat auf jeden Fall jemand ein dicker Turm umgezündet. Hm. Wer war das nur? Da spürt mir vor wie. Was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Oha. Oha. Was habt ihr vor? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Wie soll ich das passieren? Wie soll ich in demiddelten? Wie soll man das hier sein? Wie soll ich bei euch sein? Aber es gibt Schlimmer, Chlimmer. Es gibt Kommeren, dass er nicht blirkt. Die Schlimmer sind. Es gibt Schlimmer, aber sie werden nicht die Schlimmer. Die Schlimmer sind Kapital, wo er den Geschenk Understanding hat. ist johnny silverhand wie wo weiß es nicht was ist denn jetzt los gut so leute ich mal sagen ich bin ja hier erstmal das video schön dass ihr mir dabei hat und bock drauf hattet ja dann wenn wir uns im nächsten video mail hierhin begeben ich kann auch über das nicht machen doch das geht und dann mal sehen was sie noch so gibt wie das jetzt alle zusammenhängt damit johnny und wie und dexter der alte spacken die werde ich auf jeden fall richtig schön die eier braten die kamer von könnt ihr davon ausgehen kommt vielleicht hat ja auch jack überlebt ich glaube es war nicht aber man weiß ja nie gut wir werden sehen wenn ihr bock drauf habt dann seid ihr gerne beim nächsten mal dabei wäre ich ganz geil würde mich heute sehr darauf freuen dann würde ich sagen wünsche euch noch einen schönen tag bis dahin und schön mit